Hallo Leute, herzlich willkommen auf das Tango Game, und heute ist es wieder... So, leckt es wieder... Warum leckt es jetzt schon wieder... So, warte, ich muss mal kurz hier was einstellen, Grafik. Definitiv besser. So, auf jeden Fall hier seht ihr jetzt erstmal, was ich so alles geändert habe. Ich kann euch mal zeigen, was ich hier alles so geändert habe. Denn ich habe nämlich ganz viel geändert. Einmal unter anderem das hier. Ich habe das jetzt hier erweitert. Hier ist die Baustelle noch. Und hier ist irgendwo auch ein Fisch. Ah, da ist er. Hier ist ein Fisch und irgendwo muss auch der andere sein. Hier ist dieser. Äh, und was ich jetzt auch gemacht habe, ist, dass tatsächlich, dass man jetzt auch... So, dass die Fische jetzt auch da raus können. Da ist eben noch. Ähm, die können dann praktisch schon hier vorne hin. Ne, also bis hier. Und hier ist auch noch Baustelle. Und irgendwann können die dann hier einmal rundherum. Ähm, so habe ich es auf jeden Fall gesagt. So, jetzt ist die Frage, wo der andere Fisch ist. So, anscheinend ist der hier irgendwo drin. Irgendwo hier drin müsste er sein. Da ist er. Hier ist er. Da ist er. Ja, also ich habe, äh, zwei Fische. Anscheinend gibt es hier keine Fische mehr. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, was ich jetzt euch zeigen will. Also ich habe hier einmal, wie gesagt, das hier auch noch. Und, ähm, das hier habe ich auch gemacht. Und wie ihr hier schon sehen könnt, ist hier was weg. Ja, das liegt daran, das kann ich euch mal zeigen. Also die Lava hatte ich ursprünglich wegen Müll. Ja, ne, also da habe ich immer Sachen reingeschmissen. Also die Lava brauche ich nicht mehr. Ähm, hier ist jetzt die unendliche Wasserkörle, ne. Die habe ich jetzt hier in das Haus gemacht. Und ich habe hier Müll. Und ihr seht vielleicht auch hier schon, dass da irgendwas ist. Denn wenn ich jetzt hier eine Kartoffel reinmache. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gehört hat. Aber, ähm, mal, das, das macht jetzt Geräusche praktisch. So. Wenn ich jetzt dann nochmal eine Kartoffel reinmache. So, ich höre das jetzt. Zack. Da hat man gehört, das ist jetzt irgendwo reingegangen. So, wenn ich jetzt mal hier das aufmache. Dann seht ihr hier. Ist tatsächlich. Redstone und. Hier unten drunter. Also eine weiter. Hier. Ist Lava. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reinmache. So, die Kartoffel. Zack. Und da ist sie in Lava. Jetzt habe ich die ja wieder eingesammelt. Ähm. Ja. So habe ich es gemacht. Also, falls ihr es nachmachen möchtet. Macht es so. Ähm. Also hier. Werfer drauf. Äh. Trichter drauf. Eine Kiste. Ähm. Ähm. Verstärker. Ne, das ist ein Verstärker. Hier einen Generator. Oder wie auch immer das heißt. Keine Ahnung. Müsst ihr dann einmal Rechtsklick glaube ich drauf machen. Dann geht er an. Dann hier einmal Redstone. Dann da. Könnt ihr auf 3. Oder 1 lassen. Keine Ahnung. Und da auch nochmal Redstone. bis zum Werfer. Ja. Dann. Funktioniert. Das auch schon. Weil dann könnt ihr hier einfach. Was machen. Zack. Ist eigentlich ganz nice. Muss ich sagen. Ähm. Genau. So. Was ich aber eigentlich erstmal machen wollte. Ist mit euch diesmal hier ein bisschen weitermachen. Und auch ein bisschen gucken. Weil wenn ich jetzt mal hier ein bisschen weitermachen. Jetzt hier. Hab ich. Ich hab keinen. Dreck. In meinem. Inwinter. Ah. Und was ich auch noch sagen muss. Ist. Ihr könnt nicht alles. Ähm. Deck. Also so reinpacken. Sondern ihr müsst alles. So. Da in die Kiste reinpacken. Weil sonst. Ähm. Geht. Was kaputt. Ja. Aber kann ich. Ah. Das könnte ich jetzt nochmal ausprobieren. Ob es vielleicht eventuell behoben wurde. Ich denke aber eher weniger. Ne. Hat tatsächlich funktioniert. Ich kann jetzt das hier alles reinpacken. Ne. Ah. Ne. Jetzt ist es nämlich wieder kaputt. Wenn ich jetzt hier aufmache. Dann seht ihr. Dass hier irgendwas nicht geklappt hat. Weil jetzt leuchtet alles. Falls sowas passiert. Einfach äh. Redstone abbauen. Zack. Jetzt ist es nämlich reingefallen. Müsste der Werfer auch wieder leer sein. Dann. So. Jetzt. Das einmal. Ja. Ah. Zack. Wenn ihr das jetzt einmal wieder macht. Jetzt geht's wieder. Also ihr dürft die nicht. Wecken. Sondern ihr müsst die halt so reinpacken. So. Hört man das? Jetzt sind nämlich alle drin. So. Was ich aber eigentlich holen wollte. Ist tatsächlich. Erde. Damit ich hier etwas. Bauen kann. Weil ihr seht hier schon. Hier ist alles instabil. Also. Hier muss ich irgendwo Decke bauen. Wenn ich das jetzt hier abbaue. Dann kommt hier Wasser durch. Das muss ich ein bisschen ändern. Wollt ich hier erstmal. Habe ich hier irgendwo Stein da? Also Stein. Weil ich will das erstmal mit Stein zubauen. Das heißt. Ich müsste jetzt praktisch irgendwo das Wasser erstmal hinpacken. Irgendwo müsste ich das Wasser hinpacken. Ich packe hier einfach mal hier rein. So. Ach da sind wir. Einmal. So. Weil ich muss das Wasser hier einmal kurz weg machen. Okay. Das Wasser wird. wird anscheinend nicht weg. Dann muss ich es so machen. So. So. Das Wasser muss hier nämlich komplett weg. So. Kann ich das hier erstmal alles wieder abbauen. Außer das hier. Das kann ich nicht weg bauen. Weil sonst kommt hier wieder Wasser. weiter. So. Weil wenn ich jetzt hier weiter baue. Da geht es nämlich runter. So. Das heißt. Das hier ist erstmal schon so. Hier habe ich jetzt schon weiße Dings hin gemacht. Weil ich tatsächlich noch weißen Block übrig hatte. So. So. Okay. So. Das hier erstmal. Äh. So. Das jetzt hier erstmal. Weg machen. Zack. Mach das mal zwei breit. Bitte nicht wundern warum ich auf einmal so viel Geld habe. Ich habe im Aha Shop. Ähm. Viele Dinge verkauft. Damit ich Geld bekomme. Weil ich will bald mir äh. Äh. Euer Dinge kaufen. So. Wenn ich jetzt das hier abbaue. Dann seht ihr schon. Dass ich das hier alles. Ähm. Aufmache. Das mache ich jetzt auch einmal. Weil ich will unten. Unter. Also unter. Also ich hier praktisch muss ähm. Das können wir ja auch vielleicht eventuell sogar hier oben machen. So. Auf jeden Fall muss hier überall die Steine hin. So. 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 Ich musste kurz einen Cut machen. Was ist der Fisch? Äh. Der Fisch ist hier vorne. So. Auf jeden Fall. Was ich jetzt machen wollte. Ist hier das einmal alles abreißen. Nein. Nein. Nicht bauen. Will essen. Aber baue anstatt immer das äh. Andere dahin. So. 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 Das hier auch einmal wieder abbauen. Warte. Ich nehme mal kurz meine. Effizienz. Zack. Ich habe mir nämlich eine neue gekauft. Damit kann ich. Da bauen. Ich sehe hier schon wieder so ein Scheißproblem. mit dem. So. So. Das hier baue ich mal kurz ab. So. Kann man hier nämlich nicht mehr. Und das Wasser nehme ich nicht mehr weg. So. Zack. Das habe ich jetzt schon mal behoben. drin. Dann könnte ich hier eigentlich überall das hin bauen erst mal. Hier noch überall das bauen. Weil sonst kann das hier noch runter fliehen. Zack. Zack. Und jetzt baue ich das hier einmal weiter. Zack. muss das leider so machen anders komme ich hier so anders kriege ich das wasser nicht hin das wird auf jeden fall ist noch da weiter hinten hingehen aber da kann ich hier warum brauche ich das hier zack erstes falsch weil hier will ich die wand hinziehen jetzt hier irgendwie wand hin erst mal hier tue ich dann später alles noch mit diesem weißen beton machen aber aktuell kann ich es nicht weil erstens mir direkt draußen fehlen zweitens weil ich jetzt erst mal erst mal nur das hier bauen will erst mal erst mal jetzt habe ich es behoben naja leute ich würde sagen das mache ich erst mal nicht mehr weiter in diese wie das video ging auch sehr schnell vorbei muss ich sagen also ich wollte eigentlich heute mehr schaffen allerdings hat es nicht ganz so geklappt sein ich zack wieder meine jetzt hier unten alles klar muss ich nicht verstehen auf jeden fall ich würde sagen das war es mit dem wenn es euch gefallen hat lassen leiten aber unten kommentar wir sehen uns und dann also bei erstern